hallo und herzlich willkommen zurück bei monster hunter world tatsächlich ja ich habe immer noch erkältung trotz der woche vorbei ist über einer woche ja kann nur sein dass ich mich muten muss und dann husten auf einmal wäre möglich bei mir aber muss nicht sein so auf jeden fall müssen wir jetzt feuriger thron über dem wald das ist dieser wie heißt er noch mal retan ratan ich habe den namen feisen hoch schauen wir kurz nach ach hier rathalos war das genau und der zweite wäre gehörnter tyrann unter dem sand das wäre müssen wir mal schauen habe ich den schon entdeckt nein nicht sieht nichts aus so angeblich hier sein forschungsbasis wird mir dann bestimmt angezeigt keine ahnung auf jeden fall nimm die aufgaben an machen wir wir bleiben bei feil und bohren weil na ihr wisst ja ich möchte auf das angreifen können und das geht nur mit feilen bohren so neue quest bekanntmachung aufgabe hier genau gehörnter tyrann stufe 5 wald 5 schaffen wir den überhaupt ja schaffen wir schon müssten wir schaffen da ist der tyrann ach da unten sind doch die bilder direkt okay er jahre einen diabolos und ratalos wir werden erst mal den ratalos übernehmen weil die weil ja erstmal das schwierige teil übernehmen wo ich das grauen kriegen gutschein nutzen haben wir gutscheine ja super glück ja okay eure jahren gelingert bereitschaft ich brauch den schatten nicht immer weg space also nicht enter sondern space ja oh okay okay ich mach mal wieder facecam aus ganz oben in der nahrungskette liste ja der ist auch oben also dieser ratalos ist oben das weiß ich ganz genau weil wir da schon mal waren jetzt muss ich gucken wie man da nochmal hochkommt erstmal klar rot gern warum nicht muss ich mal schauen wo ich eigentlich überhaupt hin muss ich bin mir nicht sicher ich laufe einfach mal hier lang hallo du da kann sein dass ich jetzt im kreis laufe ich bin mir nicht sicher klar wäre möglich ne also wäre alles möglich ja ich bin nur im kreis laufe ja okay passiert halt ne so gucken wir mal hier zack diesen ratalos finden da weiß ich nicht in welcher lichtung ich eigentlich laufen muss um nach oben zu kommen ich habe keine ahnung ich habe es vergessen schon über eine woche her komme ich da hoch sieht zumindest so aus ne ja interessant ist auch der richtige weg ich bezweifle ja das ist der falsche weg pilz also giftpilz aber ich habe keinen platz mehr kein platz mehr oh nein was mache ich nur hat alas wie komme ich zu dir hoch so gar nicht ne ich glaube ich muss hier runter ja ich muss hier runter oh Gunther ich muss hier runter so irgendwo war ein Durchgang nach unten und dann nach oben also durchs Wasser und dann ging es irgendwo nach oben hier ist hier irgendwo Wasser nein oh ist ein anderer Weg aber den kann man auch nehmen glaube ich zumindest oder hä was denn das Hallo Mr. Piggy okay war ich hier schon mal äh ne ich glaube ich bin falsch gelaufen ich bin mir nicht sicher aber es sieht nach falsch aus ja sieht total falsch aus okay muss ich wieder zurück latschen mhm das lass mich täuscht ich bin arzt so was sitzt das denn hier jetzt ist richtig so jetzt muss man irgendwie nach oben kommen einfach durchrennen hallo nachti lass mich nicht stören von mir da sind wir endlich hat nur sieben Minuten gedauert ne achte fast acht Minuten so da müsste hier eigentlich oben sein irgendwo nirgendwo äh hör mal jetzt auf damit ähm nein den will ich nicht der kann mir gestohlen bleiben der kann mir gestohlen bleiben ach du Scheiß was mach ich denn da ist jetzt völlig doof ich wollte hier nicht runter ich wollte echt ne passiert nur den dümmsten also mir in dem Sinne bestimmt jetzt hier wieder irgendwo keine ahnung ich wollte da oben lang geht es da überhaupt lang ich habe keine ahnung ne ja klappt super ne wie ihr seht bin ich ein super kletterer der nix hinbekommt Fußspuren interessiert mich jetzt nicht mir interessiert nur eins okay ich laufe jetzt hier lang ist egal dann lasse ich jetzt links liegen irgendwo muss ja dieser Rathalos sein ne das ist äh der andere den wollen wir nicht ich suche nur den Rathalos der muss dann auch irgendwo versteckt sein dann müssen wir irgendwie weiter nach oben hallo versteckt da ganz hoch hier muss mal lang kauf hier ist keiner nö nö hier ist keiner sehr schön da ist er Rathalos ha ich wusste es in der Richtung hier äh ich muss nur wissen geht es hier noch weiter nach oben aber schon in die falsche Richtung ähm schön ähm läuft super äh ne ich komme hier nicht rum muss da noch irgendwo einen Weg geben ätzend also in jedem Fall haben wir Rathalos gefunden ihr habt wie er da rumgeflogen ist ne also vielleicht hier lang ja sieht zumindest so aus ja ja euch will ich gar nicht hier scheint auch nicht der richtige Weg zu sein oder doch kommt der her oder ich weiß nicht da ist nicht durch natürlich doof ne hier geht es nicht durch ist auch doof ich bin hier voll in den Sackgasse gelandet wow geil nur weil ich mich hier nicht auskenne in dem Wald ja danke danke fürs reinpicken kommt man da hoch ne ne da müssen wir noch irgendwie weiter nach oben kommen das hier ist zu tief ok ähm irgendwo da oben müssen wir hin hier scheint wohl nicht der richtige Weg zu sein ja sorry dass es ja so lange dauert aber da ich mich hier immer noch nicht so hundertprozentig auskenne mit dem Spiel ich muss halt damit rechnen dass es dauert hm mhm 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 also der große kommt hier bestimmt nicht hin also gehen wir mal da weiter das sieht zumindest richtig aus ja ja da müsste hier gleich auftauchen da sitzt er ja da sitzt er ja so dem müssen wir erlegen ja pro smart seine ja macht er heiß auf damit da muss ich wohl raus man in den arsch schießen und in den kopf sehr heiß eine sehr heiße angelegenheit alle ich gerade hier wir haben mich hier gerade wegspülen hallo nein 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 weil der stress vorprogrammiert was war das denn ja es hat sich gefällt warte auf eine flusschance hier ergeben sich bestimmt ne 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 er wollte mich schlechter sehr heiß 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 ich wusste es und das soll man alleine schaffen hoch sorry jetzt habe ich den erst mal wütend gemacht das bedeutet ich habe noch chancen so hat er super geklappt so er muss ich da wieder da hoch irgendwie aber wie nein ich komme jetzt da hoch noch mal ich kenne mich mit dem wegen nein 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 ist mir in ruhe wird mir jetzt nicht hinterher wird ok wo kam der raus kopf wir kann auch nicht vorbei kb voller schrocken ok muss ich nicht mehr durch wirst du ach da ist der auf den habe ich ja keine lust ich muss da dran vorbei ist natürlich ein bisschen ätzend wenn man den einen jagen will nur den einen müssen die anderen dazwischen sein so muss ich dann nach oben und dann nach links und irgendwie da hoch und dann durch das gestrubbelte links ich hoffe so richtig noch weiter hoch ja doch hier genau hier war das ganz nah und der bia links kopf hat er ist angeschlagen noch links eigentlich ne noch weiter hoch kann es sein dass er unten ist statt oben ich bin mir nicht sicher mal gucken also der ist ja schon stark muss ich sagen wir sind noch mal bei 20 minuten daran der fliegt wer ist unterwegs ok der ist unterwegs die dicke von offen springt ich bin gespannt ob der hier kommt noch nicht hoch ne ja wo bleibt denn der kein bock mehr auf mich ich laufe ich laufe mal hier lang ah ok ich bin im kreis gelaufen interessant aber wo ist der jetzt hin war toll das ist er jetzt und wozu bin ich jetzt den ganzen weg gelatscht wir ob der oder Na, der Tobi Kadachi, der ist auf jeden Fall unter uns. Ich glaube, der kommt wieder an der selben Stelle. Der hat sich nicht erholt. Scheint auch ein bisschen schwieriger zu sein. Mit dem Atalos. Meine Güte. Ja, der ist wer da. Ja. Mein Gott, die Blöden. Oh ja, schon noch ein Sack. So, probieren wir nochmal. Jetzt pennt er auch noch. In deep face. Da war mir sowas von klar. Mal sehen wir uns. Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Goethe Obensoweit über mich So ätzend Weil endlich liegste mal No Nein Meine Goethe Naja natürlich Entweder sei jetzt angeschlagen Jetzt ritt auch weg Was für den Schneller Okay Okay Schauen wir mal wo er ist Auf jeden Fall ist er abwehren Meine Goethe Das war mir klar Lauf doch mal Junge Du bist so ein Bob Dieser Typ kann ja ja nix Ist auch noch zu weit weg Kommt verpackt dich mal hier drinnen Vielleicht das Spiel mit dir Ja Ja Jetzt nimmt er mich auch noch Ach du stinkst Du stinkst Oh das mit den Fies ätzend Ja klar Ja bleib stehen Oh du bist so ein Idiot Sauf doch mal Während des Springs Echt mal Sauf einfach Warte Zeug Ja geil So geht doch Meine Goethe Weg von meinem Gesicht Einfach Hängen bleiben Bitte Ach du liegst Gut Lass das Hier In dem Po In Jo Keine Ahnung Schwänsele Ja In dein Gesicht Oh man Nein Liebe Zuschauer Liebe Gäste Ähm Es kann hier ein bisschen Dauern Weil er mich gerade Vom Himmels Schießt Kann durchaus sein Dass er jetzt runterkommt Nein wer runter Wer kommt runter Ich bin mir nicht sicher Ich weiß nicht warum Das so gemacht wurde Aber der Charakter ist einfach nur doof Ja Der ist doof Rennt nach oben Also Ratterlos meine ich jetzt Und ich muss hinterher rennen Wie so ein Bekloppter Zeigt einen anderen Weg an Sorry wegen Husten Aber Was soll ich machen So Wo muss ich jetzt hin Um da hin zu kommen Ah ja Den Strahl vollen Genau Okay Und ich habe ja keine Heiltränke Läuft super Hier Kraut So Ja Heiltränke Sehr schön Können wir nur Dass ich den antreffe Ja Der ist schon da Sehr schön Na Ist er nicht schon gestresst Der sappert schon Ja So weit weg Ja Ich glaube Das ist seine Schwäche Der Kopf Und Brust Jetzt nerve ich ihn Ja No 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 Drehen wir nicht durch Zu weit weg Zu weit weg Zu weit weg Zu weit weg Oder auch nicht Ja Der rindt wieder weg Sehr schön Die Bombenkapsel ist eine mächtige Schleudermunition Die schweren Schaden verursachen kann Ja ja Ich muss da wieder hin Blume Okay Wo lang überhaupt Das ist der richtige Weg Hä Der verwirrt mich Ah Oh Seide kack Ausdauer Ist genauso lächerlich Okay Hier lang Äh Es kann ein bisschen eine Stunde dauern Bis wir den nicht schafft haben Andersseits ist es mir egal Hauptsache wir kriegen den Ich jetzt noch den zweiten Boss machen muss In dieser Folge Dauert es noch länger Also Machen wir pro Boss eine Folge Ach da hoch Ach jetzt ist er hier oben Ah ok Sehr gut Da oben ist er ja Der pennt bestimmt Wundern tut mir ja nix Na Okay. Mh, naja, ja. Ne? Boah, Alter, mach nochmal, was ich dir sage. Wenn der Charakter auch mal das machen würde, was man denen befehlt, mit Tasten und so, dann wäre es ja kein Problem, aber Monster Hunter World ist nervig. Oh, ja, klar. Lass mich los. Ich bin so hässlich, ey. Hallo? Bist du bekloppt? Hä? Was? Oh, sorry. Was soll die Scheiße? Ich war sehr gut im Lauf und dann kommt so eine Kacke, oder was? Ich... Ah. das doch wie kann das sein dass er so schwer ist ich folge jetzt mal hier noch mal den links hey es macht mich irre so kurz schön dass ich mich sehr Also ich folge diesem Licht, ne? Nicht, dass ich wunderbar dicke mache. Ja, okay. Weniger aufregen, mehr machen, ne? Ich hab das Gefühl, diesmal ist das schwerer. Es fliegt auch noch weg. Was ist das? Achso. Ne, keiner hat Zeit. Ich fahre Kackeier in das Spiel. Wo soll ich jetzt hin? Oh, da. Ich hake ein Rad da los. Würde mich nicht wundern, wenn die Zeit schon um ist. Oh, hier hat sie. Ich glaub, die Zeit ist schon längs um. Aber verpisst euch. Keine Zeit für euch. Ah. Ah. Gehen wir mal hier lang. Entweder über mir oder unter Bier. Na, ich sollte mal was trinken, ne? Eigentlich. Äh, warte. Hier auch. Warte. Ich hab gleich. Trinket. Äh. Ja, so. Ach, da oben. Der fliegt schon wieder. Zehn Minuten. Würdest du mich verarschen? Ich soll den jetzt in zehn Minuten noch schaffen. Ja, Prost Mahlzeit. Na ja, ja. Läuft gut. Oh, hey. Ich wollte ja alles mit... Dieser Bob ist zunächst zu gebrauchen. Ich versteh das nicht. Warum ist das zu kacken zu blöd? Sag doch, der... Oh, dieser Typ. Ja, klar. Ey, ich krieg hier ne Klatsche mit denen. Ups, die Quest ist gescheitert. Mach dich. Ja, ups, die Quest ist gescheitert. Nee. Hab keine Lust mehr. Tch, tch, tch. Ja, ähm. Selbst... Oh, sag mal. Was ist denn das da andauernd? Jedes Mal... Das gleiche mit dem Scheiß... Ah, wie heißt das? Ich muss erwarte, ich meine... Ähm... Mit dem Mischpult. Der überschreitet alles hier. Auch wenn ich ganz normal rede, macht das Visig wie laut. Mikrofon. Ich kann mal kurz mal was gucken. Vielleicht liegt es auch an meiner Einstellung. Einen Moment, ich stelle mal kurz ein. Einen Moment, ich stelle mal kurz ein. So, und jetzt müsste es eigentlich gehen. Ja, müsste gehen so, ne? Hoffe ich. Wenn nicht, dann... Äh, ja, weiß ich auch nicht. So, äh... Ja. Das war ja mal wie ein Schuss in den Ofen mit den Rattalos. Ähm... Okay, Partner. Ich habe hier Quests für den Feuerwüvern und den Gehirnwüvern für dich. Ja. Es, äh... War mal eine kurze Runde. Naja, für mich gefühlt kurz, für euch lang. Ja. Ähm... Das Problem ist halt nur, äh... Dieser Rattalos kriegt auch mit dem Pfeil und Bogen zu wenig Scharen. Hm. Naja, vom Typ Feuer ist und immer Kraftangriff macht. Müsste man einen Bogen wählen, was, äh, Wasser... Mit Wasser oder Frost angreift. Glaube ich zumindest. Frost müsste eigentlich auch gehen. Ich guck mal kurz, äh... Ob man hier irgendwas... Ja, ja. Ähm... Mieden kann. Natürlich einen Bogen. Ich habe keine Lust auf Nah... Nahangriff. Ist ja eigentlich irgendwas mit... Drachen. Was? Ach, da fehlt mir krummer Knochen, Korallenknochen, Felsknochen... Alterknochen... Das fehlt mir. Oh, Drachenknochen. Nahdistanz, Kraft, Lähmung, Gift. Ha. Oh, nee. Ist nicht das, was ich haben will, wirklich. Ähm... Ich brauche einen Bogen, was, ähm, halt... Ähm... Gegen Feuer. Ein Bogen gegen Feuer. Ähm... Siehe ich noch nie mal. Hm. Element. Ach, Explosion. Drachen-Element. Drachen-Element. 300 auf Drachen. Ah. Ah, okay. Explosiv-Rechter, Jans Ohm. Ähm... Blitz. Ähm... Explosion. Feuer, Wasser. Hier. Hier ist Wasser. Element Wasser. Hierzu benötigt man... Erstmal diesen Bohrungen. Eisenbogen. Ah, okay. Hau ich den hier schon? Eisenbogen. Ah... Eis. Eis. ipp, tipp, 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 tö-tö-tö-tö. Mal gucken... Ähm... Unsussenverbessern... Verteilt Wachbogen, äh, Eisenbogen, ah, ja, äh, einmal, mal gucken, wie weit ihr Komma, ne, ne, nicht ausrüsten, äh, hier, was, alle mit, ne, endlich, hm, noch nicht, ah, okay, dafür bräuchte auch ein Zeug, also, Lottodos, Fluss, äh, Fluss, äh, ne, das hier kann man dann ausrüsten, sehr schön Hm, ist ja etwas Neues Töte 5 Rapfinoth, nee, wollte ich jetzt nicht machen Was hast du denn für Rüstung, äh, was ist das, was ich schon habe Waffen Okay, bleibt alles Standard Halt, stand sowas Ändern, genau, ähm, den Bogen Wollte ich auswechseln, gegen Wasser Nahdistanz und Kraft Also, ja, hauptsache Hat Wasserangriff Ja Ja, äh, äh, diesmal leider nicht geschafft Das war's dann erstmal für diese Folge Falls du neu bist auf meinen Kanal, gerne abonnieren Die Glocke, die ich weiß, zu aktivieren Und keine weiteren Folgen von Monster Hunter Wollt mal zu verpassen auf meinen Kanal Ciao mit V Bis morgen Tschüss Das war's dann für Sie! Das war's dann für Sie! Das war's dann für Sie! Untertitelung des ZDF, 2020